Uuuuh, her in die schöne Stube. Herzlich Willkommen im Living Room. Und den Living Room, hast du gesehen, haben wir jetzt mal hier gegen draussen verfrachtet. Und du weisst wahrscheinlich was das bedeutet, wenn wir noch draussen haben, heisst Living Room Goes Open Air. Welches Open Air? Das Mal ist beim Hausberg Gurtturfestival. Du müsstest vielleicht noch das Mikrofon anbekommen. Entschuldigung. Wir haben nämlich nur die gäbigen Mikrofons, die direkt am Gesicht sind. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Ganz etwas Neues. Uuuuh, grosse Herausforderung. Jetzt schaffen wir. Ja, aber schaffst du auch in den Chat hineinschauen und das Mikrofon zu bedienen? Natürlich. Multitasking. Wir wollen ja euch ja wie immer mit dabei haben auf joyce.ch slash live. Könnt ihr die ganze Sendung mitkommentieren, Fragen stellen und untereinander flirten. Ja, go for it. Und währenddessen könnt ihr auch schon so ein paar Trophy-Punkte sammeln, die ihr dann nachher auf unserem schönen Marktplatz gegen coole Gadgets und Tickets und so weiter eintauschen könnt. Ein konkretes Beispiel werde ich euch dann auch noch genauer erläutern. Und jetzt nimmt es mich schon mal wunder, wer ist schon jetzt im Chat? Wie sieht es aus? Ja, wir haben hier den Mr. Tom Bastisch. Gurte für immer. Patrick Pede. Hello. Chayenne. Salut. Lucky. Es sind mega viele da. Ja. Aber der Name ist schon mega cool. Mr. Tom Bastisch. Fantastisch. Ist dein Name und offensichtlich bist du auf dem Gurte gewesen. Dann weisst du wie es ausgesehen hat dort oben. Es ist sensationell gewesen. Damit noch die Leute, die daheim geblieben sind, Impressionen bekommen. Hier ein schönes Video für dich. So, hallo und herzlich willkommen beim Gurte-Festival 2014. Ja, die Sonne brennt aber das einzige, was noch viel heißer ist hier. Die Leute sind hier hinter mir und natürlich das gesamte Publikum hier. Hallo, wir suchen eine mit... Geld. Und... Feier. Und... Alles. Und Pennplatz. Wir wollen irgendwann schlafen. Und... Kann ich ein bisschen mitlaufen? Du hast einen grossen Regenschirm. Ja, es fängt jetzt an zu regnen. Ich fand es echt geil. Voll schön. Und so, you guys have a huge piece of our collective heart. Und... Yo, wassup? This is Everlast, aka The Mighty Whitey Ford. And you're watching Joyz.